Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Shadowlands Info Video. Heute soll es um die erste Woche von Shadowlands Season 1 gehen, denn da haben wir jetzt endlich neue Infos bekommen von Blizzard und das ist sehr sehr gut. Zuallererst muss ich sagen, es wurde was verändert. Im Vergleich zu BFA müsst ihr nicht mehr nur plus 6er mythisch plus Keys laufen, um das maximal möglichst höchste Item Level am Ende des Dungeons rauszuziehen. Nein, es ist jetzt plus 10, denn in der ersten Woche von Shadowlands Season 1 ist das Cap mythisch plus 10, 203 Item Level. Alles darüber lohnt sich nicht, außer für die wöchentliche Schatzkammer. Da solltet ihr im Idealfall direkt einen 14er machen, Minimum 14er, um das maximal höchste Item Level aus der Schatzkammer dann am 16. Dezember rauszuziehen. Das ist ganz ganz wichtig zu wissen. Also ja, ihr solltet im Idealfall einen 14er spielen. Da auch muss ich euch sagen direkt, der muss nicht Inside sein, der kann auch einfach 2 Stunden dauern, Hauptsache ihr schafft ihn. Und dann habt ihr eine Chance oder habt eigentlich safe ein 226er Item in der Schatzkammer dann zur Auswahl. Ja, wenn ihr natürlich nur so ein 6er macht oder so, dann habt ihr halt ein zweiter 10er Item in der Schatzkammer zur Auswahl. Und ja, ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass man diese 10er mythisch plus Keys direkt abfarmen wird. Die sind nämlich ziemlich, ziemlich schwierig, ziemlich sicher zumindest. Und ja, wird für die meisten Spieler eher nicht so leicht sein. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute eher mythisch plus 6 trotzdem weiterhin farmen, beziehungsweise mythisch plus 7. Weil mythisch plus 7 droppt 200er Gear. Und die 3 Item Level mehr für den Schwierigkeitsgradanstieg lohnt sich wahrscheinlich nicht, auch so von der Zeit, vom Zeitinvestment her. Deswegen farmen die Leute wahrscheinlich trotzdem eher 6er oder 7er Keys. Könnte ich mir gut vorstellen. Und dann farmt man halt erstmal ein paar Keys, ja, dass man so 200er Item Level hat und dann wagt man sich eventuell an den 14er ran, um dann das 226er aus der Schatzkammer am 16. Dezember rauszuziehen. In der zweiten Woche von Shadowlands gibt es nochmal kleine Änderungen. Und zwar würde es so sein, in der mythischen Woche, also wenn der Raid auf mythisch öffnet, droppen diese 10er mythisch plus Dungeons dann 207er Gear statt 203er Gear. Und 10, 11, 12, 13, 14, ja, droppen alle 207 Item Level nur. Echt sehr, sehr merkwürdig, wieso sollte man da die machen, außer halt hier für diese 3 Item Level mehr in der wöchentlichen Schatzkammer. Aber ja, ich kann mir echt vorstellen, dass die wenigsten 11er, 12er und 13er Rennen werden. Beziehungsweise muss man ja, um den Key auf 14 zu pushen, dass man dann hier reinkommt. Ähm, aber ja, das hier ändert sich halt in der zweiten Woche, dass es dann ein bisschen höher ist. Mythisch 10 droppt 207. Und wenn man sich das mal hier anguckt, ne, mythisch 10 droppt in der ersten Woche eine 203. Und da lohnt es sich wahrscheinlich echt nicht, da geht man lieber mythisch 7. Und dann ist es gut. Gut, ähm, ja, wie gesagt, einen mythisch Schluss 14er solltet ihr aber möglichst, wenn es geht, abschließen, damit ihr euer 226er Item dann direkt bekommt am 16. Dezember in der wöchentlichen Schatzkammer. Gut, das soll es gewesen sein zum mythisch Schluss, ist eigentlich ziemlich leicht, äh, jo, ich denke ich habe alles dazu gesagt. Kommen wir nun zu PvP, PvP, das ist auch ganz interessant, falls ihr noch nicht mitbekommen habt, ist es ja jetzt die Ehre, diese neue Währung quasi, beziehungsweise Ehre gibt es ja schon ewig, aber es ist trotzdem die neue Währung in Shadowlands Pre-Patch. Und mit dieser Ehre kann man ja Items aufwerten und Items kaufen von diesen, ähm, PvP-Händlern. Ähm, für Ehre kann man aber, ich nenne es jetzt mal nur diese Schmutz-Items vom PvP-Händler kaufen und das Wichtige ist eigentlich, ihr wollt die Ehre aufsparen, um euer Item, oder um eure Items aufzuwerten mit dieser Ehre halt, ja. Ihr könnt maximal 15.000 Ehre tragen, äh, und Ehre bekommt ihr natürlich aus allen möglichen PvP-Aktivitäten, zum Beispiel ehrenhafte Siege, Schlachtfelder, epische Schlachtfelder, Arena-Geplänkel, äh, gewertete Arena und gewertete Schlachtfelder. Ja, und aktuell könnt ihr ja euer Ehre-Gier nur bis 171 Item-Level aufwerten, das liegt daran, weil das zusammenhängt mit euren, äh, Rom-Level von eurem jeweiligen Pakt. Aktuell ist es ja, äh, Rom-Level 6, ähm, ihr könnt höchstwahrscheinlich nächste Woche dann bis Rom-Stufe 9 machen. Ich denke, man kann dann auch ein bisschen weiter aufwerten, diese Schmutz-Items für Ehre, so auf 184, 190 Item-Level gehe ich mal davon aus. Äh, das Wichtige ist halt, was jetzt dazu kommt, ist Eroberungspunkte aka Conquest, ja. Und, äh, man bekommt diese Währung durch Schlachtfelder, epische Schlachtfelder, Arenen und gewerteten Schlachtfeldern. So, man bekommt aber diese Conquest-Punkte wahrscheinlich nur von diesen, ähm, Daily-Sieg-Battleground und auch Daily-Sieg-epischen Schlachtfelder-Sieg, äh, ja, Battleground-Sieg halt, ne. Also, das kann man wohl nur täglich hier machen, bekommt man so wahrscheinlich 100 bis 200 Eroberungspunkte. Und, ja, entweder man macht es halt jeden Tag täglich, dass man dann irgendwann sein Cap von 550 Eroberungspunkten erreicht. Oder man geht direkt rein, äh, Ball hat Arenen, bis man das Cap von 550 Eroberungspunkte erreicht. So, mit diesen Eroberungspunkten könnt ihr dann wieder zum Händler gehen in Oribus. Und der verkauft euch natürlich auch wieder Ausrüstung. Aber, hier muss man direkt sagen, bessere Ausrüstung als die, die ihr euch für Ehre kaufen könnt, natürlich, ne. Und die scheint wohl, äh, 200 Item Level zu haben, sieht man ja hier, unranked. Ähm, und die kann natürlich auch wieder aufwerten. Allerdings, um diese Ausrüstung aufwerten zu können, braucht ihr natürlich erstmal Ehre. Das ist ja recht einfach zu bekommen. Äh, das Schwierigere ist natürlich, ähm, ja, ihr könnt das nicht einfach schnell unendlich hoch upgraden, sondern ihr braucht ein gewisses Rating, um das abzugraden. Und, äh, hier steht es ja wunderbar. Unranked, 200er Item Level. Äh, Kämpfer, 1400 Wertung, 207er Item Level. Herausforderer, 213 Item Level. Äh, 1600 Wertung. Und Rivale gibt euch 220 Item Level, aka 1800 Wertung. Und das ist auch das Cap in der ersten Woche von Shadowlands Season 1. Rivale, sprich 220 Item Level höher als das, könnt ihr das nicht upgraden. Allerdings muss man dazu sagen, die meisten schaffen wahrscheinlich eh nicht Rivale in der ersten Woche. Weil die ganzen, äh, Spitzer, ganzen Gladiatoren spielen natürlich auch. Und, äh, die wollen natürlich so schnell wie möglich auf Rivale kommen und das wird sicherlich nicht für jeden Spieler möglich sein. Direkt in der ersten Woche von Shadowlands, äh, auf Rivale aka 1800 Wertung zu pushen. Aber vielleicht so, ja, Kämpfer, 1400 Wertung ist ja auch schon ganz solide. Für 207er Item Level kann man sich zumindest ein Trinket oder ein Ring oder whatever, ich denk mal nur so ein Item auf 207er Item Level bringen oder 213 mal schauen. Und, äh, ja, dann ist gut. Oder halt einfach anrenke 200er Item Level, ist ja auch solide, nimmt man doch gerne mit. Alles, was ihr dafür wohl nur braucht, ist halt nur Erwahrungspunkte. Und Erwahrungspunkte bekommt ihr halt durch diese täglichen Schlachtfelder, Siege oder halt gewertete Arenen oder Battlegrounds spielen. Und das ist halt wichtig, ne? Das, ja, ist durchaus auch wichtig. Kann man auch gerne mal hier ein bisschen nebenbei Arena spielen und dann hast du easy 200er Item Level. Warum denn nicht, bietet sich doch an. Ja, ansonsten gibt's natürlich auch noch ein Cap von diesen Erwahrungspunkten, damit ihr nicht sonst wie viele Erwahrungspunkte wahren könnt in Season 1 und euch sonst wie einkleiden könnt. Äh, dieses Cap beträgt 550 und, äh, ja, das ist eigentlich alles, was ihr müssen müsst. Wenn ihr, ja, für Twinks ist vielleicht ganz interessant, wenn ihr jetzt nicht in der ersten Woche spielt und erst mit Woche 2 oder 3 einsteigt, könnt ihr direkt 1100, äh, Erwahrungspunkte in der zweiten Woche farmen. Ihr müsst halt dann nur richtig hart reinfarmen, ne? Das ist halt auch schon nicht ohne so viele Erwahrungspunkte dann in einer Woche ranzuholen. Ähm, sagen wir jetzt mal Woche 20 oder so, dann könnt ihr direkt 20.000 Erwahrungspunkte mit einem frischen Level 60er Char, ähm, farmen, ja? Also das ist ganz nice eigentlich geregelt für die Leute, die später einsteigen. Für die Leute, die aktiv spielen, die können immer nur jede Woche 550 Erwahrungspunkte sich gönnen. Und, äh, dann ist gut. Gut, Freunde, das soll es dann ja auch schon gewesen sein, also lohnt sich auch durchaus, äh, PvP mal reinzuschauen, beziehungsweise zumindest Erwahrungspunkte, äh, zu sammeln, um sich hier ein 200er Item Level zu gönnen, wie es zumindest ausschaut. Ähm, und, äh, ja, wenn ihr noch ein bisschen mehr spielt, ein bisschen, ihr werdet da Arena Push 1400er Wertern zum Beispiel, könnt ihr dieses Item dann auch auf 207 aufwerten, vorausgesetzt, ähm, ihr habt 1400er Wertung und die entsprechende R dafür, ja? R braucht ihr immer, um auch eure Erwahrungspunkte-Items aufzuwerten. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Und, äh, ja, das soll es eigentlich auch schon fast gewesen sein vom Video, wie gesagt, nochmal hier zu diesem Stuff, ja, höchste Item Level, was ihr bekommen könnt in der ersten Season von Shadowlands Season 1 am Ende des Dungeons im Mythoschluss ist. Mythoschluss 10, 203 Item Level, ähm, am besten ihr spielt einmal einen Mythoschluss 14er für das maximal höchste Item Level aus der Schatzkammer. Ähm, die meisten, oder mein Tipp wäre, ja, macht einfach Sechser oder Siebener, wahrscheinlich eher Siebener. Da troppen 200er Item Level, ist leichter, nicht ganz so schwer wie ein Zehner, muss man mal schauen, wie schwer es dann letztendlich wirklich ist. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es zu schwer ist mit diesem Schmutz hier. Wenn man dann vielleicht mal so 200er Item Level zusammen hat, kann man ja vielleicht Zehner gehen, aber die meisten farmen wahrscheinlich erst mal Sechser und Sieben, ne? Und man muss halt bedenken, man muss ja auch erst mal den Schlüsselstein hochpushen, denn so einfach ist es natürlich auch nicht, ne? Man kann nicht, ja, man muss ja quasi sich sowieso hochspielen. Und um diesen 14er hier spielen zu können, muss man natürlich auch hier durch die 7er, 8er, 9er, 10er, 11er, 12er, 13er auch. Und das wird schon, äh, wird schon eine Herausforderung, wird auf jeden Fall spannend. Gibt bestimmt viele Vibes, bestimmt auch viel schlechte Laune. Und, äh, ja, ich würde sagen, das war es auch schon von diesem Video hier. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr es gerne noch liken, wenn nicht, dann nicht. Und bedenkt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Also, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Das war's.